Ich möchte gerne eine Geschichte mit euch teilen, wie auch die Spiegel bei akuten Beschwerden ganz, ganz toll helfen können. Der Sohn meines Bruders, zwei Jahre alt, war zu Hause und hat auf die heiße Herdplatte gefasst. Hat danach natürlich geschrien wie am Spieß. Ich habe einen gold konvexen Spiegel liegen gehabt auf der Kommode und habe diesen Spiegel genommen und ihm auf die Hand gehalten. Und in der gleichen Sekunde, wirklich im selben Moment, als ich ihm den Spiegel auf die Hand gehalten habe, hat dieses wahnsinnige Schreien aufgehört. Er war total entspannt, hat fasziniert zugeschaut, wie ich die Hand spiegle. Wir waren alle völlig erstaunt, was passiert ist. Ich habe zu Ende gespiegelt, er hat zugeguckt, nicht mehr geweint, nicht mehr geschluckt, gar nichts mehr. Hat danach gespielt, es ist keinerlei Brandblase entstanden. Das war für uns alle unglaublich und fasziniert, was diese Spiegel alles so bewirken können. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe. Tschüss.